moin moin und herzlich willkommen zurück zu raft wir müssen hier mal kurz hier wieder auf die wiese lassen weil hier muss sie sein damit sie nicht verhungert und hier können wir noch mal nach gießen damit sind definitiv nicht verhungert so und noch mal hier wasser auf sammeln ich gehe mal in den falschen raum wir haben aber nichts nachgefüllt das heißt wir müssen eben von hier wasser holen da ist die treppe und kommen den einstuch können wir uns noch und dann wir unten auch noch mal wieder nach wasser nach werden auch ja okay hätten wir früher machen sollen jetzt eben abwarten dass das soweit ist und wenn das da eigentlich von der endgegner sein soll was ich jetzt vermute hier olof dann ist das hier wirklich die letzte story insel dann werden wir danach noch ein bisschen so wenn wir von hier überhaupt weg kommen noch ein bisschen bauen dann fertig machen und dann würde ich auch dieses let's play wahrscheinlich schon beenden wenn wir die story hier durch haben und ein bisschen das schiff fertig gemacht haben ein bisschen will ich hier noch bauen ich würde hier ein bisschen noch was ausprobieren definitiv so jetzt eben wasser holen müsste jetzt fertig seine ja ist fertig und dann gehen wir wieder auf die insel so wo war noch mal die tür der fahrstuhl da hinten so gehen wir mal darum dann gehen wir mal nach oben suchen uns mal hier den urlaub wobei jetzt wobei jetzt wirklich so gehen wir einfach gut war doch hier ach da vorne war das ja muss ich hier rum da war er ja so und dann gehen wir wieder nach oben und es gab ja hier noch ein fahrstuhl glaube ich abgesehen von dem hier kann ich noch weiter nach oben ne noch weiter nach oben geht es hier nicht müssen wir den anderen fahrstuhl nehmen wo war denn der weg zum anderen fahrstuhl nochmal hier oben aber das da würde ich jetzt irgendwie runter bekommen oder warte mal geht es hier noch weiter hoch nein oben bleiben auf anderer leiter bitte ouch also vielleicht da nochmal rein sieht nämlich so aus als könnten wir hier noch irgendwie weiter genau hier war der andere ne von hier kamen wir glaube ich hier müssen wir irgendwas mit den kisten machen und hier geht es hoch so und so und okay ich glaube hier müssen wir hoch was wir kommen nicht dran doch komme ich ran doch komme ich ran brennt euch hier alles nieder oder was ähm ouch ne da geh ich erstmal noch nicht hin ich warte ab bis das feuer weg ist ich warte ab bis das feuer weg ist komm feuer geh aus wie lange willst du hier noch brennen ja jetzt was ist was ist was ist was ist was ist ist ich denke wirklich wir müssen zu ihm da hoch wo 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 ich mache nicht dass du da ich zwinge dich nicht dazu sowas zu machen oder du machst das alles selber ähm zwei bräuchten wir noch ouch 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 einen noch da ist einer wie hör auf damit du sollst aufhören nicht ich du schmeißt hier die bomben ach hier ist noch einer gewesen wir holen ok und weg ist er können wir gleich hier nochmal ein bisschen erkunden aber hier haben wir noch eine blau bause und lagerhausschlüssel elektrisches sein welches werkzeug gibt es hier sonst noch in gott ja wir gehen sofort gleich da zurück ich will jetzt erstmal hier gucken ob wir uns hier können wir jetzt die leiter heruntersetzen da kommen wir hier jetzt an die wieder zurück das ist super dann gehen wir noch mal runter weil da wollten wir noch ein bisschen weiter kunden könnte sein dass hier noch irgendwas ist was wir brauchen wo wir jetzt keine zeit hatten zu erkunden zwei marken zum beispiel waren drei wir könnten eigentlich tatsächlich dann die läden noch mal abklappern in den ganzen ländern also nicht unbedingt ländern sondern hier die den ganzen ja doch könnte man schon sagen ländern also inseln weil da gab es schon ein paar sachen die ich vielleicht doch haben wollen würde aber mir nicht leisten konnte als deko für unser stück ich glaube mehr gibt es hier jetzt auch nicht wollen wir schon wieder dunkel gibt es hier noch sonst irgendwas ne dann gehen wir mal weiter so was brauchen wir hier für jetzt lager aufschlüsseln heißt die gucken alle mich an von der anderen seite verschlossen hier geht es runter das ist auch von der anderen seite verschlossen wir haben keine andere wahl dazu den drei hyänen da rein zu gehen in der anderen seite And Ice in der remainder verlange ich es tut okay alle tot oh das war jetzt ein bisschen krass fand ich nein holen hier im kopf haben wir jetzt okay ach ne holt er noch mehr raus übertreibt hier schnell essen ok schnell hier aufbauen alter die hyäne nein nein komm kann ich mich irgendwo hier retten irgendwie irgendwo kann ich da hoch lass mich los ok die gesundheit ist von niedrig wo ist oder ja da unten kannst du gerne hinballern kann ich denn irgendwie ein bisschen höher ok hier erwischt man mich jetzt nicht jo wir müssen jetzt eben kurz abwarten die kommen jetzt nicht an mich an das finde ich super ja wir müssen eben kurz abwarten bis die gesundheit voll ist ja die schwein die sind heftig du machst das selber du bist selber der ja vor allem die müssen jetzt kaputt gehen ich habe keine ahnung wie wir von denen gleich kommen werden er ist da tot oh nein oh nein oh nein jo wir gehen gleich hier drauf wir werden hier drauf gehen gleich so vielleicht einmal das hier haben wir noch irgendwas zu trinken kann ich die müßlich aufsetzen kann ich die müßlich aufsetzen ohne dass ist jetzt nur noch der eine übrig ok wenn wir nur einen da haben der hier rumläuft sind wir vielleicht etwas sicherer der läuft nicht ins feuer weg von mir Und wo auch? Nein, du! Wo ist denn der? Oh, ich hab ihn gekillt. Das heißt, es kommen gleich wieder welche. Oh, nee, da sind wieder welche. Und ist wieder zugegangen. Autsch. Nein! Oh, komm. Und das reicht nicht. Alter. Wegen so viel Hyänen. Wir müssen jeden davon noch einmal hoch machen. Dann wieder hochkommen. An den komme ich jetzt nicht dran. So, Urlaub ist da oben. Ja, kurz abwarten. Gesundheit muss ein bisschen höher sein. Und dann holen wir uns gleich mal die Medizindinger. Also diese Heilsalbe, meine ich. Und jetzt. Das müsste reichen, hoffentlich. Nein, weg. Nee, nicht ausbrechen. Bitte, bleibt weg. So, schnell den hier. Und nach da oben setzen. Oh, bitte. Äh, warum hab ich den da hingesetzt? Oh, nein. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Puh, okay. Kann ich die jetzt ausschalten? Oder durch Nahkampf vielleicht besser. Dann brechen die ja nicht aus. Hoffentlich. Wo sind die? Da. Komm. Alter, gegen so viele Hyänen, ey. Okay. Geh nach. Komm. Komm her. Ich will dein Fleisch und dein Leder haben. So, haben wir alle geschafft. Ich mach mich hier in den Kopf. Was soll ich mit so vielen Hygienköpfen? So, dann hier nochmal. Das war ein ordentlicher Kampf, muss ich sagen. Hier jetzt. Aber dafür haben wir jetzt ordentlich Fleisch. Und ordentlich Leder. Die können wir gleich wieder einlagern. Ich glaub, die restlichen Hygienköpfen sind, äh, despawned, die wir hier rumliegen hatten. So, was haben wir alles? Zuflück Hygienköpfe, die wir nicht brauchen. Steak mit Marmelade. Hier und da ist nichts. Auch echt so viele Augen, die hier hingucken. So, was haben wir hier? Bolzen und Schrott. Ich hätte gern lieber ein bisschen mehr Titan. Ja, wir gehen jetzt nochmal zurück auf Ship. Ja, komm, so. Weil wenn die Kämpfe weiterhin nur so werden, dann brauchen wir definitiv die Heißhalbe. Und wir haben jetzt auch hier einiges an Loot, die wieder eingefälscht werden müssen. Und eine neue Blaupause. Was war denn das hier jetzt? Seilerutschenwerkzeug. Ich hab keine Ahnung, wo die hier ist. So. Und so. Nein, Bruce, bitte nicht. Das müssen wir auch noch hier reparieren. Äh, genau. Hier war Lagerräume. Alles erstmal hier rein. Hier haben wir nichts. Genau, das müssen wir vielleicht einmal so machen. Hier haben wir nichts. Hier nichts. Hier nichts. Hier nichts. Haben wir was für hier? Auch nicht. Da haben wir aber die Heißhalbe. So, die Baupläne. Und dann eben schnell zum Kühlschrank. Und neu notieren. Mäh. Dann können wir das hier eben auch nochmal schnell lernen hier. So, was ist das? So, was ist das? Mit dieser Ausrüstung kannst du auch Seilrutschen nach oben oder unten fahren. Okay, das ist schon mal besser, finde ich. Wenn wir hoch und runter fahren können, auf Seilrutschen. Ne, hier war voll hier. So, dann vielleicht noch ein Sperr herstellen. Was brauchen wir nochmal für ein Sperr? Okay. Hier, ähm. Seil, Metallbaden und Bolzen. Dann machen wir eins, zwei. Ne, hier waren die. Eins, acht, eins, zwei, drei, vier. Und dann hier die Planken. Also, Seile. Eins, zwei, drei, vier. So, eins, zwei. Dann haben wir hier nochmal wieder ein paar. Also, sonst noch irgendwas, was ich mir teilweise nicht brauche, gerade. So, einmal ein bisschen Wasser nachfüllen. Hier nochmal ein bisschen nachgießen. Und dann machen wir mal weiter. Weil ich jetzt Spuren wissen will, wie es jetzt hier mit Urlaub weitergeht. So, die Heilsalbe packen wir jetzt gleich lieber hier hin. Und wo war jetzt noch ein... Ne, da hinten irgendwo. Da hinten war es. Da. Da ist der Fahrstuhl. Ach komm, ich schwimme mal durch. Bruce ist nicht in der Nähe. Der ist immer in der Nähe vom Schiff, aber nie in der Nähe von uns. So, 22. Und dann wieder ganz normal hier hoch. Der Urlaub, der ist schon wahnsinniger, muss man sagen. Ach nee, da. Da ist die Treppe nach oben. Gibt es hier noch irgendwas? Vielleicht irgendwie, was zu sagen? Ja, hier haben wir eine Marke übersehen. Hier ist auch noch eine Marke. An der Bank ist auch nichts. Sonst. Was ist das denn für eine Riesenhygiene? Hier geht es sonst auch nicht weiter. Ja, bevor wir gegen die Hygiene da kämpfen, mache ich vielleicht eine kleine Pause. So, dann sehen wir uns in der nächsten Folge auf jeden Fall wieder. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus. Und ciao. Ich bin's, ich bin's, ich bin's, ich bin's, ich bin's. Ich bin's, ich bin's, ich bin's. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018